So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmers Dynasty Folge 55, glaube ich, in der zweiten Saison. Und demnächst müsst ihr auch Farming Simulator 19 bzw. Landwirtschaft Simulator 19 rauskommen. Deshalb will ich hier mal noch ein bisschen vorspielen, weil ich mich dann wahrscheinlich erstmal auf den Farming Simulator stürzen werde. Ich habe jetzt, glaube ich, fast ein dreiviertel Jahr oder so Farmers Dynasty gespielt. Zwar nie so super viel, aber ich glaube, von der Zeit her ist doch einiges passiert. So, Aufträge. Einfach hier eines der Gebäude kommen. Da kann man ja gleich direkt mal aussteigen hier. Normalerweise wollte ich ja das Feld weiter kultivieren. Bei mir. Hallo. Guten Morgen. Aber so. Ein paar Sozialpunkte. Nehm ich doch gerne mit. So, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Wie sieht's aus? Hört sich gut an. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Hört sich gut an. Hier ist etwas für dich. Okay, danke. Dann... gleich zum nächsten. Hopf. Ich referiere eines der Gebäude. Ups. Welche Richtung da lang? So. Kurzen Blick. Mistgelagert. 93. Okay, dann habe ich vielleicht noch vier Tage Zeit, bis es schon wieder überläuft. Jörg Ich lebe ein Feld sollt ich auch fliegen. Oh Gott, oh Gott, das wird... ... Ah, passt. Für jemanden. Oh, okay. Der kommt mir hier wohl entgegen. Auftraggeber. Da rennt er. Da rennt er. Er bleibt stehen. Nicht die Ernte zu vernichten. Steve, bleib stehen. Steve, bleib mal stehen hier. Stehst du hier voll in der Sonne. Ah, ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Ja, super. 720. Oh. Das muss ja mal wirklich kaputt sein. So, Rückwärtsgang. Nee, Quatsch. Doch. Rückwärtsgang. So. Oh, scheiße. Das ist wirklich kaputt. Ah, Gewächshaus. Gewächshaus reparieren. Na gut. Das machen wir nicht alles. Prutzel, prutzel, prutzel. Prutzel. Bis jetzt ist es nur Rost entfernen. Bis jetzt ist es nur Rost entfernen. Komm ich an das Dach an. Ja. Schleife, Schleife, putze, putze, putze. Habe ich Aufnahme gedrückt? Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich wirklich dann dazu komme, alle Farmspiele zu spielen. Weil gerade wenn man beim Landwirtschaftssimulator frisch anfängt, kann das eine ganze Weile dauern. Und ich habe eigentlich vor, das allein zu spielen. Also nicht Multiplayer. Quatsch, oder? Okay, das Dach kann ich von unten erreichen. Praktisch nur, zählt das dann auch als Dachfläche? Ja, das sind zwei separate Flächen. Da kriegt man ja einen steifen Hals hier. Schwuppsdiwupps. Das ist auch schon wieder. Ich glaube, ich mache die Fläche. Und ich weiss hierpi. Die Fläche, die Fläche ist auch schon mal neuet. Ich weiß nur, was es da ist, da ist ja nicht so weit geführt. Ich kann das sehen, was man gerade macht. Ich möchte mich hierher führen. Ich glaube, wir können, dass wir alle auch immer noch chlorgen. Ich weiß nicht, dass wir mehr so sind. Wir haben viele Flächen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir alles haben. Und jetzt wir alle da. Wir eisen, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir alle Daten müssen. Wir haben alle Jahre. So, oh, hier ist noch was, spring hoch, okay, alles fertig, sehr schön, müssen wir nur noch Steve finden. Kommt Steve zurück? Moment, der steht immer noch dort, optimal. So, Steve, warte. 1.400 Sozialpunkte, sehr gut. Schauen, schauen, schauen. Flüge das Feld, Flüge das Feld. Ähm, wo ist denn hier ein Feld in der Nähe? Das ist meine. Äh, wüsste ich jetzt nicht mehr. Liegt vielleicht hier? Ich schaue mal hier an See. Dann werde ich hier sehen, äh, wo sie mich hinschicken wollen. Zwecksflügen. Ah, schon wieder zehn Minuten der Folge vergangen, indem wir nur die kleinen Aufträge hier abhandeln. Da-da-da-da-da-da. Verkehr, kommt keiner. Ah, hier ist ja mein Strohhänger. Oh, bremsen. Aussteigen. Hi, Mia. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönes Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Äh, so, kann ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Ja. Fünftausend... Hört sich gut an. Sozialpunkte. Wenn das so weiterläuft. Okay. Gucken wir mal, wo... Das ist da unten. Uh, das ist ja auch recht groß sogar. Okay. Jetzt überlegen. Flug müsste ich hier haben. Traktor da. Da springen wir... Springen wir mal zum Traktor. Traktor? Na. So. Oh, schade. Moment, komm. Das machen wir noch zu Ende hier. Zumindest das Kultivieren. Dann. Ja. Da, da, da... Da, 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 da. Ne, komm, wir fahren hoch und runter. Hab ich das Feld echt so hinterlassen? In der letzten Folge, oder? Hat er es auf irgendeine Art zurückgesetzt? Weil ich länger nicht gespielt hatte. Die sich nur die Prozentzahlen vom Feld vielleicht merken. Ach so, mach hier noch. Anderes Getriebe. Da, 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 da. Wänden. Runter. Da, 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 da. 50, 51 Prozent. Vollgas. 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 Hatte ich jetzt vorhin so eigentlich schon was gegessen? Nein. Ah, komm. Ah, noch eins. So. Lecker Eier, wie immer. Guck mal, ein bisschen zu früh angehoben. Ich freue mich echt schon auf den Landwirtschaftssimulator. Jede Menge Maschinen. Und man muss sie nicht unbedingt alle kaufen. Man kann sie ja auch mieten. Da, 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 da. Aber hier... Farmer's Dynasty hat halt Charme. Charme ohne Ende. Richtig... kleines, süßes Spiel. weil man echt am kreienden ist also seit dem jahreswechsel da habe ich ja mehr oder weniger keine ruhige minute seitdem das von oktober oder von september auf april umgesprungen war man auf einen schlag meine ganzen felder fertig oder erntereif ich hatte ja auch überall weizen angebaut das heisst wir haben ja nicht nur die ernte vom weizen sondern das stroh genauso noch dafür haben wir uns ja dann einen neuen mähtrescher geleistet 67 prozent kultiviert kommt 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 so so das dass er diese sind Hier war unsere Ballenpresse, rumpeln wir hier mal ums Feld herum, Riedlummen. Komm ich lass ihn gleich unten, ich feuer hier eh wieder. Rum. Mit dem Ergebnis vom Kultivieren bin ich sehr zufrieden. Die ganzen Ackerforschen sind rausgegangen. Das hätte ich vielleicht mal wieder normal wenden müssen. Schwupps hier wupps. Na komm. Oh, ich seh grad, ich beende mal die Folge, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.